Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ubooooooooooo Jo, ich würde sagen, wir können eigentlich loslegen und den Commodore retten, wa? Schneller! Schneller! Machen wir das mal. Ranken Sie den Ziel haben. Optional bleiben Sie unentdeckt. So, wen haben wir denn alles hier? Den Michael, den Gudel, der Winnie, Frank und Firefox. Ja, jeder der jetzt noch mit an Bord will, kommt leider nur noch als normale Matrose mit. Aber wie gesagt, das ist hier nur so eine kleine Zwischenstaffel. Ich werde, sobald das Beta-Update da ist, für den Vollrelease sowieso eine neue Staffel starten. Und dann muss ich unbedingt eine neue Playlist machen, weil die Playlist jetzt hier von Uboot völlig überladen ist. Sind ja, weiß ich nicht, mittlerweile 600, 700 Folgen oder so. Keine Ahnung. So, da hin. Das ist doch schön hier. Und mit dem Sonnenuntergang, Aufgang, wo die Sonne da irgendwie durchscheint durch den Bunker. Naja. Passiert. Ich schwung mir mal ein bisschen vor. Ich finde das immer noch voll cool, dass die Schleisen funktionieren. So, wo wollen wir denn hin? Da hin wollen wir. Kurs setzen. Jawohl. Dann machen wir das doch. Aber wir haben ja auch ein Schnorch hier, ne? Ja. Was ist denn das hier für ein Boot? Ah, mein anderes Fischerboot. Ja, cool. Diebfischer 2. Nice. Ja, das ist ja die normalen kleinen Fischerbötchen hier, ne? Ah, legen wir mal los, ne? Hab ich nur gerade gesehen, als ich hier auf die Liste geguckt hab. Ja, wenn wir eine Commodore haben, dann können wir die Seekuh auch bewegen. Ja, ich weiß, die heißt Milchkuh. Oh, da ist eine kleine Gruppe. Oh, da ist eine kleine Gruppe. Fischerboot. 0,2. Okay. Also ein Kohler, ne? Was bist du? Fischerboot. No lines. Ah. Gut. Gibt's ja noch mehr Modelle davon. Das ist ja cool. Aber ich spür mal richtig vor hier. Wir wollen ja am besten heute noch reinkommen, weh? So, die Moral ist in Ordnung, Frischlupe ist in Ordnung, Sprit ist in Ordnung, Batterie ist in Ordnung, Navigation ist in Ordnung, die Leute sind in Ordnung, so dann ist ja alles okay. Noch. So müde. Denn sie ahnte nicht, was auf sie zukommt. Naja, wir haben das ja schon paar Mal gemacht, also wir wissen ja, dass wir dann verfolgt werden, weil irgendjemand gesnitcht hat. Im Dienst. Da war Snitches get Snitches. Wie sieht das eigentlich mit einer Kompüse aus? Da hab ich schon lange keinen Blick mehr reingeworfen. Oh, so rainy ist am kochen. Ich smoot hier. Das geht nochmal ein auf die Mavarant. Oh, 30 Kartoffeln. Wir machen mal 50 Wurst da rein. Und nochmal 50 Fleisch da rein. Die ist schon dreckig, ne Wurst da wird rausgeschnackt, ne? Ihr seid mir welche. Naja, es gibt ordentliche Laune Wurst da. Ah, die Jungs haben schon verdient, was vernünftiges zu essen. Kartoffeln, Wurst und Fleisch. Ist ja vernünftig. Das mit dem Berg, das muss ich auch noch ändern. Das mit dem Berg, das muss ich auch noch ändern. Null machen. Ja. Ja, soll man dann lieber Karten spielen oder so? Kommandant kann das auch mal machen. Die sind alle beschäftigt. Ja. Er macht das. Jo. Dann passt das so. Wie spät haben wir es? 22 Uhr. Das passt ja. Wir gehen schon mal auf rotes Licht. Und klappen den Schnellchen schon mal aus. Oh, jetzt müsste die Sicht breiter ein wenig erhöht sein. Oh, ich darf gerade nicht so viel merken. Okay. Können wir irgendwann den Arm anschmeißen, oder? Legen Sie den Kurs an! Zu Befehl! Ja, noch ist hier nichts. Kurs auf diese Koordinaten setzen! Oh, Gewässer sind gelorben. Ich glaube, ich schmeiß mal einen Alarm an. Auf Gefechtsstation! Und einer von euch geht mal über Wasser. Oder wenn beide das machen, dann ist die Sichtweite noch weiter erhöht. Eigentlich brauchen wir das nicht, oder? 15 Leute können wir zuteilen. Warte her. Die SS Hager. Die SS Hager. Die SS Hager. Die SS Hager. Apf. Noch ein Königrei. Das hier. Das hier. Die SS Hager. Die SS Hager. Die SS Hager. Wir können auch von so rein haben. Das hier. Die SS Hager. Die SS Hager. So ein kleiner Frachter, ne? Ah, den werden wir auf den Rückweg versinken, ne? Das ist die SS Hager. Da ist ein Commodore an Bord. Die dürfen mich nicht angreifen. Oh, nein. Das würde... So, wir schicken mal ne kleine Delegation. Und begrüßen den selber. So, neun Sekunden sind wir da. Ja, schönen guten Haar. Oh, da ist er. Hey Fritz Kremer, schön sie kennenzulernen. Bitte folgen Sie uns. Unauffällig. Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Das hätten wir geschafft. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Was wollt ihr denn machen? Abhauen? Wollt ihr ja nicht so... So geht die Alarmanlage auch noch ran. Das... Das... Naja, 2,5 Meter... 100% Und raus der Wind! Ah, der wird ja wohl treffen. Er schon und gerade hier ist, dann können wir den ja auch klappen. So, wir geben Gas. Oh... Deaktiviert mal den Alarm. Ich wollte nur wissen, ob hier feindliche Kriegsschiffe sind. Womit? Das hatte ich bisher auch noch nicht hier, den Fehler. Zehn Sekunden bis einschlagen. Als würdet ihr im Hafen versinkter. Aha... Ob ich dann hier jetzt schaffen will. Ah... Kuss auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloi. Kuss auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. So, wir müssen nur zurück zum Hauchen. Schauen wir mal. Na, was haben wir denn schönes? Empire Trail, toppe die jetzt. Und die nächste. Empire Trail, toppe die jetzt. Gehen die jetzt auch mal runter. Dann treffer 넌 hier. Ach, da wir sah auf. Ach, da hat's ja. Cool. Uh, Firefluch ist richtig Speed. Dein Level Up. Neu ui ui ui. Wie, was kennst du denn? Das nehmen wir auf jeden Fall. Dann darfst du mal ihm Bescheid sagen zu Hause. Und wir spielen weiter. Na, die 1.800 in Begehende, Mietwe. Können wir gut gebrauchen. Aber was ist jetzt? Herr Kommandant, jemand hat gesnitcht. Passen Sie auf, Sie werden verfolgt. Sie wissen Bescheid. Ich glaube, die spawnen einfach eben dann in der Nähe und nähern sich uns automatisch. Rauch am Horizont. Wer ist du denn hin? Ist aber kein Zerstörer, oder? Ich kontakt, kleine Gruppe. Was bist du denn? Doch. Vorsicht, Männer. Tauchen. Ein schöner Kutter. So einen schönen Igelwerfer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich gehe jetzt mal da hin. Du gehst da hin. Wechsel mal bitte die Plätze. So, hier krieg ich nochmal Leute dazu. Du gehst bitte an die Akustik. Auf Seerohr-Tiefe. Es ist noch zu weit weg. Torpedo-Kurs berechnen. Torpedo, Torpedo-Kurs berechnen. Ich glaube, wir haben den Schnorcher noch draußen. Klappt den Schnorcher mal ein, meine. So. Davon ist er kann. Kapitän. Leben Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich muss mich ausruhen. Können wir am besten T3 schicken, oder was? Jetzt sind wir mit elf Knochen unterwegs, ne? Wow. Rohr 1 bewässern. Ohr 1 bewässern. Elf Knochen. Ohr 1 bewässert. Ja, die Falle war weiter, aber. Jetzt sehe ich nicht, wie viel das ist. 2600. Wo bin ich mal eben mal gespeichern hier. 12 Knoten. Komm. Rauchst du mit? Bin ich ja mal gespannt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Na toll, die haben gebremst. Die haben gebremst. Die haben gebremst. Die drehen ab. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Rohr 1 geladen. Gemein. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Wo wollen die denn hin? Wann die da lagen mit 15 Knoten? Ach komm, Mann. Oh, wie, aber. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Ich. Jo, doch, ich bin auf. Alarm ist vorbei. Alarm abgebrochen. Zeit für eine Pause. Wechseln auf Dieselmotor. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ein Bescheid zu Hause. Geh noch normales Licht. Und das wissen wir. Auf, dass sich Bergschmer ausruhen. Jetzt kommen die hier dann gefahren. Ente. Alarm auf Gefechtsstation. Ja, aber die sehen uns nicht. Alarm abgebrochen. Alarm wieder aus. Wir müssen hier einfach nur so durch die Gegend. Ach ja. Lukas sein. Kumpan. Lukas sein Kumpan. Im Dienst. Und dann pass das auch. Eine kleine Gruppe hier. Nein, ich wollte den selber gerade anmachen. Auf Seerohr-Tiefe gehen. Oh, meine. Hätt wie ein ernst. Ach, das ist ja nur so eine ganz kleine. Korvette. Aber die steuern halt direkt auf uns zu. Wechseln auf E-Motor. Jetzt soll ich mal hier automatisch ans Unterwasser-Dingin gehen. Denke. Sind die nicht in Sichtweide oder was? Torpedo-Kuspel. Torpedo ausrichten. Schiffsschrauben her, Kaläu. Jawohl. Da drüben. Perabiner. Oh, herzbewässern. Sehen wir auch ab. In der Nacht können wir nicht ein T-1 benutzen. Mit einem Meter hier. Das findest du hier nicht verschieben. Ich seh das nicht. Und ich kann nicht links oder rechts einstellen. so nein das wollte ich gar nicht das 40 sekunden bis torpedoeinschlag so, da schaffst du ja wohl hier 30 sekunden komm schon eins will ich mitnehmen von den kriegstöffen wenn es geht das sieht aber ganz gut aus der Winkel ist zwar nicht so optimal, weil die nach Steuerbord abdrehen aber was sonst ihr braucht keine Alarmglocke mehr, das hat sich gerade erledigt 1600 gibt das immerhin da können die Leute hier noch mitnehmen so, macht das Ding hier mal aus so, gehst mal kurz noch in den Funkbereich so, wir nehmen die Leute hier an Bord und senden dann geht's ab nach Hause das soll gerne mal Pause machen hier da läuft fast 25.000 Geld danach müssen wir eigentlich noch die Entscheidungsschlacht weitermachen der Rest kann ja nicht warten was haben wir denn hier kann die auch kurz zu? Nö dann ist auch egal das ist aber nicht so gut hier was machst du denn, Feierfox? sonst da hin das ist doch ein Leipziger Klaus ja, das sind unsere Jungs hier oh cool ich hatte schon Angst, dass da noch so ein Druck von den Engländern auf uns wartet das war das Ding, was auch jedes Mal selber sagen muss ja dann fahren wir mal dahin da war es ja doch nicht so spektakulär wie die letzten Male nö nicht, dass ich mich beschweren würde der Commodore ist halt schon echt super noch mal ein Leipziger Klaas noch mal ein Leipziger Klaas oh Schlesien Deutschland ey das ist voll die Flirte die hier gerade ausläuft Wiesnach 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 Klaas Kreuzer Schlachtschiff ja ich glaube nicht, dass das was ja auf jeden Fall ein fälligste Ding du was 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 wie ist dieses Fischerboot da mit reingeraten und wie gerade weggeschleudert Schleudert hm 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 und dann fahren wir jetzt aber eben noch in den Hafen und dann ist die Folge vorbei Leute dann können wir auch hier drauf klicken das dauern am ganzen Tag im Hafen von La Rochelle Mittwoch den 24. Mai 1944 wir haben jemand wunderbares an bord müssen die Überlebenden noch über den Berg geben noch ein bisschen wieder aufstocken die Vorräte noch zwei Turpedos holen Firefox kriegt das Ubo-Kriegsabzeichen und Berg kriegt vier Punkte dann kriegt das Ubo-Abzeichen Olaf kriegt ein Ubo-Abzeichen Michael Kalloi kriegt ein paar Punkte mehr kriegt auch ein Ubo-Abzeichen und wir kriegen nochmal 8.000 Geld 200% Jo die Familie von Commodore Crema ist nach Monaten in der Abwesenheit wieder mit ihm vereint Commodore Crema selbst spricht über sie mit Hochachtung es scheint, dass sie ein hochrangigen Verbündeten gewonnen haben Empire Trail versenkt und die Verabina Jo Leute, damit ist die Folge vorbei ich bedanke mich ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren freue mich, dass ihr bei der Rettung vom Kommandoren wieder am Start habt ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanal und unterstützt an dem Geert Sascha ist halt so H2O Aerosol und mein Baby ihr habt euch wohl und ich's auch bis denn dann